In den Kreisverkehr fahren, dann diesen an der zweiten Ausfahrt verlassen. Gut. Er schuft am Fahrrad. Mhm. Arsch. Die zweite Ausfahrtmine. In dieser Straße zwei Kilometer folgen, dann rechts abbiegen. Ehe, Fahrrad-Nacht. Ist das noch? So? Eistere Verkehr sind von 15.30 Uhr in der Region Zürich, auf dem in Ordnung Richtung Bern, ab Seebach bis zum Kubristunnel, Stau wegen eines Unfalls, die rechte Spiegel ist gespürt. Am Stau stocken der Verkehr auf folgenden Strecken, in der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Ozean, ab dem Süd und in Grabenau. Über dieser Straße 3,5 km folgen dann rechts ab. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020